Eine Leitung nach draußen? Vielleicht geht der Funk noch, dann könnten wir Hilfe rufen. Wir haben einen Versuch. Zweifelhaft. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Hm, anscheinend sind sie nur verheddert. Wird nicht gern da raufklettern, um sie... Was soll das, Joey? Scheiße, Joey, ich bin's! Oh, mein Gott! 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 Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher. Ich wusste gar nicht, dass du kämpfst. Nee, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Wo warst du? Eins der Dinge hat mich geschnappt und hier runtergezerrt und dann liegen lassen. Fuck. Fuck ist gar kein Ausdruck dafür. Dass ich entkommen bin, war Glück. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an Glück. Sei dankbar, dass ich hier war. Ich bin dir dankbar. Danke. Sympathie. Wir müssen raus aus diesem Loch. Ach. Also, hier hast du dich versteckt? Hast du eine Waffe? Äh, was machst du? Ich brauch bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Tut sich ja weh. Ja. Ja. Tut es. Kannst du stillhalten? Danke, Curries. Danke. bei der Katzen. Schnell, ich würde es nicht. Die Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Da geht's hoch. Aber das schaffen wir nie. Siehst du doch, Klettern wird schwierig. Zusammen schaffen wir's. Dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Hab Eric beim Klettern getroffen. Ich kann uns rausbringen. Alles okay? Ja, braucht ne Minute. Ne Minute bringt uns nicht um. Vielleicht doch. Gott, du siehst übel aus. Wow, danke Rachel. Schon mal darüber nachgedacht, Motivationstrainerin zu werden? Aber im Ernst, geht's dir gut? Das ist so ziemlich die dümmste Frage, die mir je gestellt wurde. Jetzt ignorierst du mich also, was? Was willst du von mir hören? Weiß ich nicht. Etwas, das uns von diesem Scheiß ablenkt. Das Ding war kein Tier, das mir bekannt wäre. Das ist das Thema, über das du reden willst? Warum hat es dich da unten gelassen? Passe. Ich weiß nur, dass es mir für meinen Geschmack zu nahe kam. Wie nah? Es hat mich gekratzt. Dann war alles schwarz. Seither geht's mir nicht gut. Alles dreht sich. Mir ist übel. Erst dachte ich, es sei der Schock, aber es wird nicht besser. Gift? Ja, vielleicht. Dann aber eins, das langsam wirkt. Wie werden wir's los? Woher soll ich das wissen? Du hast den Doktor. Ja, für Satelliten, nicht für Nervengifte. Bin keine Biochemikerin. Ja, ja, schon gut. Ja, 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 ja. Carice, was hat dir das Ding angetan? Bitte! Bitte! Lass mich hier unten nicht allein! Ist schon gut. Ich bin hier. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Lass mich nicht hier zurück. Nicht allein. Was hat es dir angetan? Da oben ist Medizin. Vielleicht hilft sie. Aber wir müssen los. Jetzt! Nimm meine Hand! Wir sind auf der falschen Seite der Schlucht. Das schaffen wir nie. Gib jetzt nicht auf! Wir müssen da rüber. Das Seil wird reißen. Warte! Glaubst du wirklich, dass die Medizin mir helfen wird? Reiß dich zusammen, Clarice. Wir sind fast da. Du hast mir nicht geantwortet. Wir müssen... es versuchen. Wir schaffen das. Boah! Boah! Oh! 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 Anas, okay? Muss ich noch was sagen? Du musst zurück zum Tempel. Ich sehe hier nichts raufkommen, aber ich höre sie. Sieht aus, als hätten die da unten viel mehr Spaß als wir hier oben. Macht nichts, solange sie ihre Party alleine feiern. Die Kameras drinnen haben nichts gesehen. Augen auf. Augen auf. Augen auf. Augen auf. Augen auf. Wie raffiniert. Sie fälschten eine Ausgrabung, um Grabräuber abzulenken. Sie wussten, dass hier unten was Besonderes war. Nicht so weit. Wenn Sie uns angreifen, dann wahrscheinlich vom Abgrund aus. Wenn? Noch so optimistisch, Lieutenant? Ich sag's dir, der Colonel würde seinen Arsch verlieren, wäre er nicht angewachsen. Ist unser neuer Freund da unten? Selim? Nee, der ist weg. Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore Sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Verdammt! Hätte Eric Luftunterstützung erbeten, würden die das Signal empfangen. In den Arsch gefickt vom Obermacker. In den Arsch gefickt vom Obermacker. Die Funde sind immer noch begraben, weit weg von jedem Museum. Die Funde sind immer noch in der Karte, außer sich seiner Schnells-Ton-Präsident. Die Karateas-Ferstreien. Die Floch-Ton-Präsident. Wann Nöchleien. Die Obermacker. Diese Schnell-Ton-Präsident. Die D EVER-Mäckchen werden. Die Dauer-Mäckchen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 konnte ich meine Frau beruhigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vampire! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Du musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Das Ding wurde doch sabotiert. Aber warum nur? Was Besseres haben wir nicht. Wenn sich was bewegt, Rückzug. Drinnen ist es sicherer. Danke. Das Zeug bringt dich noch rum. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Rauchen. Wo ist mein Feuerzeug hin? Was geht's? Es ist nichts. Es ist nichts. Nur ein Geister-Signal. Nur ein Geister-Signal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Centcom rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Techniker. Mervin hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Wo? Tarn! Salim! Wenta! Shhh! Homo reabein! Die Klampe sind die Schmerzen. Die Klampe sind die Schmerzen. Ich habe keine Schmerzen. Nein, nein. Wir brauchen die Klampe zu den hier. Ich bin die Klampe. Die Klampe sind die Drogen. Ich habe die Klampe gesehen. Es gibt einen Ruhl hier. Er ist der Ruhl. Saneem, du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Sie waren amerikanisch. Sie waren uns zu töten. Sie wissen? Ich habe einen Ruhl gesehen. Ich habe einen Ruhl gesehen. Ich habe einen Ruhl gesehen. Du hast mich gefragt. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe einen Ruhl gesehen. Bitte. Wenn du dir das, meine Fähigkeiten ja sagen unschie. Ich habe einen Ruhl gesehen. Wurzene. Ich habe einen Ruhl gesehen. Ich habe einen Ruhl gesehen. Wir haben uns einen Ruhl gesehen. Ich habe einen Ruhl gesehen. Schatz, man. Scheiss. Ich halte es ab! Bring den Sender zum Laufen! Sofort! Ich brauch mehr Zeit! Colonel, verschanzen Sie sich im Tempel! Ich bleibe hier! Sie müssen zu den Kameras die Flanke schützen! Ich mach das! Lieutenant, ich... Ich sagte, ich mach das! Los! Scheiße! Nein! Entschelklamm! Dwa! Das Asha Slamo la tusukazoie! Flanke angreifen! Nur so werden wir diesen Clown endlich los! Gib mir Deckung! Seine Flanke! Krieg keinen guten Schuss! Na, wen haben wir denn da? Ah! Los, vorwärts in den Tempel! Schnell! Drück die Schulter dagegen! Schnell! Ich sehe keine Iraker! Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück! Hier drin geht's gleich richtig ab! Halt! Rachel? Rachel? Du lebst? Du lebst? Überrascht dich das? Ich hab' gesehen, wie die dich... Wo ist Eric? Rage? Ich hab's gehalten, solange ich konnte! Aber... Es riss! Ich hab's nicht gehabt! Würde ich nie tun! Ich weiß! Können wir? Er ist es, oder? Er ist es, oder? Sie sind nicht der Hellste, Nick, aber selbst sie müssen das verstehen! Ihr beide völkert doch, oder? Wer hast du nicht drauf? Hört auf! Er ist es, Rachel! Ich weiß es! Halten Sie den Mund, sonst schlage ich zu! Könne hin, könne her! Nicht, Nick! Ich habe lange auf dich gewartet, Eric! Bis? Bis ich loslassen musste! Emma treu! Du liest nicht los! Ich schon! Was ist los mit ihr? Sie ist infiziert! Sie... Sie wird zu einem dieser Dinge! Warum ist sie jetzt hier? Sie braucht Hilfe! Ihr hilft nichts mehr! Sie sollte nicht hier sein! Das stimmt! Wir müssen... Warte! Sie folgen meinen Befehlen! Es ist zu spät, Rage! Wir können sie nicht retten! Das kannst du nicht wissen! Ihr habt's gehört! Und jetzt auf den Weg! Jason! Bitte! Tun Sie's nicht! Stimmen Sie es nicht! Fuck! Fuck! Das ist eure Schuld! Ins Vorratszelt mit dir! Sofort! Waffe! Kleiner Rat! Sparen Sie eine Kugel für Sie auf! Leute! Rückzug zum Haupttempel! Wir brauchen den Generator! Ohne ihn sind wir blind! Hilft mir! Von den Dingen darf kein Ziel durch! Die sind doch schon drin! Hier kann niemand mehr rein! Egal was auf der Einladung steht! Haltet das Tor! Ich werfe den Generator an! Clarice? Scheiße! Ist die eine versehen? Ja! Es ist... Niemand... Daheim! Fuck, das fehlt uns noch! Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend! Ich kann immer noch kämpfen! Nein! Kannst du nicht! Na komm, gehen wir! Fuck! Diese Dinge wollen wirklich unbedingt hier rein! Wir brauchen den Generator! Sofort! Sonst sind wir am Arsch! Sie wollen hier rein! Sie wird nicht halten! Das ist unser Haus! Wir bestimmt! Wer habt ihr Wichser nicht auf? Scheiße! Sie brechen durch! Die Dinger sind schlimmer als retten! Du wertlose Haufen Schrott! Es ist Zeit für den Rückzug! Jemand was dagegen? Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon! Es muss doch etwas geben! Warte! Ja! Okay, gehen wir in die Katakunden! Wir müssen runter! Runter? Da geht's nicht raus! Schenkst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier! Alle Mann, los zum Astor! Los, los zum Astor! Los, los zum Astor! War jetzt nicht deine beste Idee, Rach. Los, los! Hier, das läuft doch! Ja! 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 Na? Ah! 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 Bleibt an der Wand! Ah! 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 Ah!